Hey Leute, weiter geht's mit Let's Play Life is Strange Episode 5. Wir sind hier in der Zeitgeist Galerie, ja und wie das gekommen ist, die Leute die es gesehen haben, die wissen Bescheid. Wir haben den Helden des Alltagswettbewerb gewonnen, nachdem wir es geschafft haben aus den Fängen von Mr. Jefferson zu entkommen. Wir haben, ähm, David... I can't believe my picture is in the same room as all these great images. Ja, genau, das ist so mit den Bildern, das ist schön, aber wir haben David Metzen dazu gebracht, dass er letzten Endes Mark Jefferson dingfest machen konnte, dass die Polizei ihn jagen konnte. Wir haben den Tod, äh, den Tod von Chloe verhindert, was eine sehr, sehr geile Sache ist. Unsere beste Freundin lebt noch, hey! Ja, äh, ein Daumen hoch dafür, ne? Ja, gut, okay, äh, soviel dazu. Und, äh, letzten Endes, äh, ja, wir haben, wie gesagt, den Helden des Alltagswettbewerbs gewonnen, sind mit dem Direktor Wells, ja, geflogen, da oben steht er übrigens. Und jetzt sind wir hier, jetzt schauen wir uns hier einfach mal ein bisschen um. Ja, eine Spendenbox. Ich muss ein bisschen sehres Geld in die Hand nehmen. Mäzine und Spenden, verschenken Sie Kunst. Spenden fließen direkt in Kunstprogramme der Gemeinde. Vielen Dank, Galerie Zeitgeist. Ja, Spenden sind eigentlich eine tolle Sache. Was haben wir hier? Steph Only, da kann man nicht rein. Ja, eine Toilette, da kann man wahrscheinlich auch nicht rein, aber was wollen wir da auch? Eine Zeitung. Wow, Sir. Ein Danny Lee-Artikel. The Golden Gate Reporter. Ich ließ meine Kunst in San Francisco von Daniel Lee. Ja, ich wurde in einem Bar-Zug geboren. Wortwörtlich, es ist eine lange, unglaubliche Geschichte, die ich hier nicht wiederholen werde. Dafür wird Alkohol benötigt. Prost, Mama. Das mag meine obsessive Liebe für die Bucht und ihre Außenposten an Künstlern und Dissidenten erklären. Trotz der rapiden Kentrifizierung florieren Künstler und Erschaffer entgegen allen sozioökonomischen Drucks, denn genau das ist ihr Markenzeichen. Kalerien wie Zeitgeist und Milkovic Fashion arbeiten mit diversen Gemeinschaften zusammen, und praktizieren, was andere Mäzäne nur predigen. Wird auf der nächsten Seite fortgesetzt. Ja, den Artikel können wir leider nicht weiterlesen, auch wenn es vielleicht interessant wäre. Ich frage mich, wie es ist, in einer Submarine wie so leben zu leben. Es muss wirklich wirklich klaustrophobisch sein. Ja, U-Booter sind eng, ne, Leute. Die Jagd auf den richtigen Oktober. Besuchen Sie die berühmte USS Malagoda. Erfahren Sie mehr über die aufregende Geschichte des ältesten U-Boot von San Francisco. Täglich geöffnet in Klamath-Warf. Geht das schon in die Stadt? Die Revolution wird nicht televisiert. Stoppt die Neukundungen. Wie viele Geschäfte und Anwohner müssen noch für die neuesten Cafés oder überteuerte Trendrestaurants aus ihren Heimen vertrieben werden? Die Geeks, die diese Stadt versklavt haben, benötigen eine Lektion zu Überschreitungen. Nehmt diesen Samsack teil, um das Ende einzuleuten. Der Sammlungsort wird noch bekannt gegeben. Okay. Was haben wir denn hier noch? Erfahre mehr über die Herstellung und Geschichte der Shambhala. Wöchentliche Kurs mit Lehrer Charles Ellick. 25 Miranda Street, Oakland. Kontakt saniswen at universal.ex. Okay. Some Mysteries should stay that way. Oh, wie lustig. Ja, Warren würde definitiv über dieses Show gehen. Geschichte des dystopischen Kinos. Kultur Archivar Xtian Darwin präsentiert eine kinetische Clipshow und Lektüre dazu, wie die industrielle apokalyptische Paranoia die Welt des dystopischen Kinos gebar. Von Metropolis zu Planet der Affen, von Blade Runner zu die Tribute von Panem. As a Cinema at Mission Calorie, Samstag, 26. Oktober, 20.30 Uhr. 6,66 Euro an der Tür. Geht das für heutige Verhältnisse tatsächlich relativ günstig? Holy shit. This flyer was designed just for Chloe. I wonder if I'm ready for the mosh pit. Skull and Bones. Halloween Bar. Die gruselige Kunst. Status. Horror Brands. Mitternachts-Varieté. Süßes oder saures. Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang. Ab 18 Uhr, Mittwoch, 30. Oktober, Dandelion Warehouse. Das ist tatsächlich hier ein Flyer für Chloe. Denn wir wissen ja, sie ist eine Pangerin, sie ist eine kleine Rebellin. Was eigentlich auch ganz gut so ist. Aber was würde ich weinen? Ich meine, die Alternative haben wir kennengelernt und eine Chloe, die im Bett liegt, die mögen man nicht, die zum Schluss noch selbst nicht begehen möchte. Nightshells Druidenfest zu Samhain. Wann? 31. Oktober, 23 Uhr bis Open End. Wo? Colton Kate Park. Dickets Nightshells, Buck and Blaze. 35th and Neal Street. Ich wünsche mir, ich hätte Zeit, diese Muralen hier zu sehen. Ich weiß nicht, ob es diese Künstler tatsächlich gibt. Die Zeitgeist-Gallerie hat eine coolere Geschichte in Frisco. Ich meine, San Francisco. Im Zeitgeist, eine Geschichte in Bildern. Ok, die junge Dame hier. Ok. Ok, vielleicht sollten wir uns einfach mal unseren Beitrag ansehen. Ok, wen haben wir denn? Was haben wir denn hier? Offiziellen Gewinner der Everyday Heroes Contest. Ja, die offiziellen Gewinner des Helden des Alltagswettbewerbs. Da bin ich. Zusammen mit all den anderen Gewinnern. Ich würde sagen, Artists. Ja, so weit haben wir es geschafft im Spiel, Leute. Und das ist genial. Also, Max Caulfield, beziehungsweise wir sind Künstler geworden. Ich habe gehört, Mark Jefferson war hier heute Abend. Nicht mehr. Das war so schockend. Ich habe auch eine von seinen Monographen. Hold on to it. His work is going to be worth serious cash. Okay, das ist interessant. Für die Leute, die es vielleicht nicht verstanden haben, die der englischen Sprache nicht ganz so mächtig sind. Die beiden haben sich gerade über Mark Jefferson unterhalten. Und der junge Mann hier sagte halt, dass es Gerüchte gab, dass Mark Jefferson hier sein sollte. Die junge Dame sagte, ja, es ist traurig, dass es eben nicht so ist. Und dass es auch dafür Gründe gibt. Gut. Nicht mein Stil, aber die Neon ist eine schöne Repräsentation. Oh, Scheiße. Pretentieus alert. hat es keine Kunst. Kann dir das sagen oder davon halten, was er will. Aber gut. Das ist halt so. Are you Max Caulfield? Bravo on your entry. I'm the art critic for Iris N Magazine and we would love to include you in a piece about future trendsetters in photography. I'll send you the details this week, if that's okay. Congratulations for your piece. Ja, danke, danke. Natürlich. Schick uns die Kontaktdaten und dann sehen wir weiter. Jetzt ist offenbar jemand, der mit uns gerne mal einen Artikel machen möchte. oder über uns einen Artikel schreiben möchte. Okay. Gott, ich liebe Kunst. Okay, eine Frau. Und tatsächlich ist das auch ein Bild einer jungen Frau, die da ganz, ganz lässig da sitzt. Man könnte auch sagen, zumindest wenn ich mich so an meine Jugend zurückerinnere, an meine pubertierende Zeit, an meine Teenie-Zeit. Das ist so ein bisschen so ein Ausdruck von wem gelassen bleiben, obwohl man eigentlich genau weiß, dass man andere Sachen im Kopf haben sollte. Aber gut, es ist nochmal so, wenn man so zurückdenkt. Ach, wir können mit der Frau doch sprechen. Okay, dann sagen wir halt nichts über ihn. Ich frage mich, ich frage mich, ob ich diese everyday-heroes-Picture kaufen kann. Ähm, ja, bestimmt, bestimmt, oder? Steht da irgendwas? Ach so, kann man leider nicht erkennen, ob die Bilder zu verkaufen sind. Da sind auch wunderschöne Bilder hier. Da unten ist das ein Mops, ja, das muss ein Mops sein. Ein Feuerwehrmann, der ein Tier rettet. Ein Astronaut? Oder beziehungsweise eine Astronautin? Was haben wir denn hier noch? Ein Hund? Ein netten Hund, oder was soll das darstellen? Ja, Polizeihund. Okay, da oben während einer Demonstration oder irgendwas, keine Ahnung. Okay, danke, danke, danke. Was mir gerade einfällt, Leute, beziehungsweise der Gedanke, ähm, woher weiß der, wer wir sind, wenn der unseren Namen nicht kennt. Ich meine, wir sind Max Caulfield, ja, und, ähm, er sagt, er bewundert unser Werk. Okay, wenn er natürlich alle Bilder gut findet, ist es eine schöne Sache, aber das tut niemandem, ehrlich zu sein, ist ganz einfach so. Okay, und hier ist unser Bild. Und tatsächlich, Leute, ich muss ganz ehrlich gestehen, das ist doch eigentlich schon eine schicke Sache. Denn das ist in unserem, ja, im Studentenwohnheim, bei uns im Zimmer, könnt ihr euch noch an die Wand erinnern, direkt beim Bett, oder beziehungsweise neben dem Bett, ähm, das sind die ganzen Selfies, die wir geschossen haben und die ganzen Fotos, die wir geschossen haben, dort aufgehangen. Okay, aber bevor wir mit denen reden, weil ich weiß ja nicht, was da noch passiert, reden wir vielleicht erst mal mit anderen. Hi, excuse me, you're Max Caulfield, right? Um, yeah, yes. Sorry to bother you, but my name is Danny Lee, and I'm with the Berkeley People's Herald. I edit their art section and I totally dig your work. Now, I know the whole ironic selfie thing is kind of played out, but there's something timeless about your images, so I'd love to set up an appointment or interview with you when you get a chance. Here's my card. So great talking with you, Max. You too, Danny. Okay, das ist Danny Lee. Wir haben ja vorhin gehört, Max ist ein großer Fan von ihm, beziehungsweise würde gerne mehr von ihm lesen und bewundert ihn so ein kleines bisschen, so klitzekleines bisschen aber nur. Und jetzt ist er derjenige, der so ein bisschen nervös ist. Er ist ein Reporter, der sich in dieser Sektion, beziehungsweise der sich mit Kunst richtig gut auskennt und dass er eigentlich mit uns ein Interview haben will, Leute, das muss uns geehrt fühlen, oder Max in dem Moment. Gut, wir schauen uns jetzt doch mal das Foto an. Mischen wir uns mal zu den anderen rein. Hi, and there she is to save the day. Hi. You did it, Max. You're a real artist. At least for today. Ja. Oh, oh. Und schon wieder Nasenbluten. Gott, wir hätten vielleicht doch erstmal mit den anderen reden sollen, ey. But it's a matter of course. Let's see it. And you. What's up? Ah! Chloe! Hey, are you okay? We lost you there for a second. Your nose. I'm okay. Jetlag. High altitude. Okay, das war seltsam. Und vor allem, dass wir jetzt noch nach Chloe geschrien haben. Ja gut, Leute, ich... Oh, you left the ringer off, idiot. Oh, come on. Please answer. Max, holy shit, man. Your vision. It's true. You saw the tornado. It's coming. What? Oh, no. Chloe, where are you? I'm so fucking scared. I'm by the beach. Chloe, can you hear me? Hello? 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 Oh, my God. The tornado was real. Oh, I didn't fix shit. Chloe will die. Arcadia Bay is going to be destroyed. Ja, Arcadia Bay wird zerstört werden. There has to be a way to stop this. For good. Okay, aber trotzdem. Wir lesen jetzt mal hier im Darker Buch weiter. Dort haben wir nämlich aufgehört. Ähm. Da geht's weiter. Unglaublich, dass ich scharf stellen und in mein Selfie aus der Kunstschunde am Montag zurückkommt. Ich warnte David in eine Nachricht wegen Jefferson, nachdem ich mein Foto für den Wettbewerb abgegeben hatte. Puh. Ich bin nur nicht ausgeflippt, weil ich diese irre Kraft habe. Ich muss sie dieses eine Mal richtig einsetzen. Und dann vielleicht nie wieder. Es war seltsam, wieder in Jefferson's Stunde zu sein. Als hätte er mich nicht eben erst in einem Bunker gequält. Ich sah ihn zum ersten Mal, wie er wirklich ist. Ein manipulativer Psychopath, der nur Mist labert. Er benutzt Kunst, um Leute zu verführen. Aber er besteht aus nichts als Hass und Perversion. Ich bete, dass ich diese Zeitlinie reparieren kann. Max in die Zukunft. Mir scheint, ich habe es in Ordnung gebracht. Chloe lebt. David wurde zu einem echten Helden, als er Jefferson und seine Dunkelkammer auffliegen ließ. Und damit auch Nathan und dessen Vater implizierte. Die Braskets kontrollieren Arcadia Bay nicht mehr. Ich bin jetzt die offizielle Heldin des Alltags und auf dem Weg nach San Francisco mit Director Wells, der viel entspannter ist, wenn es nicht um Blackwell geht. Ich kann mich nur schwer entspannen, aber die Fragmente der Zeit nehmen Gestalt an. Ja, die Fragmente der Zeit, die nehmen Gestalt an und sie holen uns ein. Zumindest was den Hurricane angeht. Acht Nachrichten von Chloe oder was? Okay, Moment. Jetzt müssen wir da mal kurz gucken. Okay, Leute. Nee, das ist jetzt gerade vielleicht doch ein bisschen zu viel. Deswegen. Haben wir noch was anderes im Tagebuch? Nee. Ich wäre, glaube ich, alles soweit. Erstes Mal. Ja, dort haben wir irgendwie keine... Nee, Moment. Das sind wir ja noch. Okay, dann schauen wir uns vielleicht mal hier ein bisschen weiter um. Ähm, ja, ich weiß, wir sollten vielleicht mit Director Wells reden, aber, jetzt mal ganz ehrlich, Leute, jetzt sind wir einmal hier, dann nutzen wir auch die Gelegenheit und schauen uns hier halt um. Hier die junge Dame schaut sich... Keine fucking Waffe. Chloe kann nicht wieder sterben. Ich muss sie retten. Ja, richtig. Wir müssen sie irgendwie retten. Schau dir an diese Fragmente. Die Doppel, die Farben, die Farben. Schau dir an die Bocke-Gemite. Okay, da kann man es auch nicht mehr eintragen. Das hätte man vielleicht alles vorher machen sollen, bevor man sich dieses Foto angucken. Aber gut, jetzt ist es nochmal so. Nein, ist da nicht direkt... Können wir den nicht... Ähm, okay. Was sollen wir jetzt machen? Dann doch mal zu... Ich habe das Selfies. Oh. Bisschen Frauenliebe, ist ja auch in Ordnung. Ich glaube, jeder ist jetzt ein Fotografer. Okay, nur hier. Noch eine junge Dame? Also, ich dachte, in dem ersten Moment, das wäre Victoria, aber sie war es nicht. Okay, wir können das Foto scharf stellen. Wir müssen das Foto scharf stellen. Dann stellen wir mal ein Scharf. Zumindest versuchen wir das. Entschuldigung, ich würde dir ein paar Fragen über deinem Arbeit stellen. Sorry, aber... Okay, dann halten wir nochmal. Okay, scharf gestellt ist es jetzt, nachdem wir erst so unterbrochen wurden. Die Frage ist jetzt allerdings, wo kommen wir wieder raus? Ja, es scheint wohl so, dass hier alles auseinanderbricht. Das heißt, im Endeffekt nichts anderes, als dass wir den Wettbewerb gar nicht gewinnen sollten. Ja, zerreißen. Sorry, San Francisco. Chloe kommt erst. Jawohl, damit geht der Preis hin. Damit sind wir nicht mehr in der Galerie, leider Gottes. Aber jetzt mal ganz ehrlich, Leute, das ist doch besser, wenn wir hier in Akedia Bay helfen können, als dass wir uns selber in den Vordergrund stellen, einfach so dämlichen Wettbewerb gewinnen und damit vielleicht unsere Freunde verlieren. wo wir genau wussten, dass sie zum Tote verurteilt sind, wenn wir da nichts gegen unternehmen. Mal auf der anderen Seite, ne? Ich meine, okay, jetzt hier nicht so wirklich, aber es hätte vielleicht noch einen anderen Weg gegeben, ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Oh, fuck. Gott, nein. Ich bin wieder zurück. Ich dachte, ich habe alles fixiert. Was hast du gesagt, Max? Was? Jefferson sollte in Kälte sein, nicht hier. Jesus. Es ist wie, du bist wieder in meiner Klasse. Du bist noch immer in der Raum. Es wäre cool, wenn du jetzt eine von deiner Patenten-Selfie fielst. Die Transformation zwischen den alten Max und den neuen Max. Insofern. Antwort auf meine Frage, bitte. Ja, dann schieß mal los, Junge. Ähm, ja, frisst Dreck und Krepier oder fick dich. Das ist natürlich eine schicke Auswahl. Ja, wir nehmen mal das. Und er wüsste, warum er die... Oh, I had to let Victoria Chase go. You let her... Don't be stupid, okay? She's exactly where she deserves to be. No. Oh, as if you care. Natürlich tut es uns kümmern. Jod. Your iris, that dilation like a shutter. The pictures you're taking of me now. Too bad you pissed away your gift. You could have won the contest, but you destroyed your own beautiful photograph. What a waste. Sorry. I burned all your stuff. I got a little carried away. Fuck. He burned my diary. Sorry, that's why I'm still here. Especially since you've developed from nerd to hero within a week. There's something... weird going on with you. Ja, und offenbar bricht ja Hurricane God herein. Did you see how crazy it is outside? Like I said, something weird. There's that fear. Oh, Max. It's an honor working with you on these final sessions. I hope these images will be appreciated for what they truly capture. The loss of youth. The loss of youth. You dream of it? At least. That's the last lecture you'll ever have to hear from me. And I promise you no more nosebleeds. Mr. Jefferson. Please. Don't do this. You don't know what's happening. Shh, 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 shh. Quiet. Quiet, Max. There's no way to get out of here. Please. Don't do this. Okay, jetzt kommt er schon wieder mit seiner blöden Nadel. Ich weiß nicht, kann man hier vielleicht... Oh Mann. Ähm, okay, da geht die Tür auf. Wir wissen, das ist die Tür vom Bunga. David? Ja, David, hilf uns. Ja, aber warum hat Max jetzt auch nicht geschrien? Ich meine, hallo. Wait, hold on. Can I, can I please ask you for one last request? Oh, you got me, Max. How can I deny that face? Ich glaube, wir bitten ihn mal um ein letztes Foto. Okay. Das scheint vielleicht dann doch zu funktionieren, eventuell. Okay. Der Gebuch, ja. Wir haben zumindest mal ein Foto bekommen. Eins von vier, was wir vielleicht nicht mehr bekommen werden. Ich weiß es nicht. Und mal schauen, was es uns bringt, im Endeffekt. Okay, der kommt ja jetzt sowieso schon wieder mit seiner Spritze an, glaube ich, ne? Okay, das hat schon mal... Okay, ähm, wir können natürlich zu ihm sagen, er soll etwas Musik spielen, vielleicht etwas Wasser oder das Licht ausmachen. Wir bitten ihn vielleicht mal um etwas Musik. Could he please at least play some music so I can drift away? Even at the end, you're still a dreamer, Max. It's a nice treat. Okay, wir sind wachsagen. Ich glaube, dass mit der Musik es gar nicht so verkehrt ist, denn... So kann es gut passieren, dass... Äh, vielleicht gar nicht gehört, dass jetzt jemand hier reinkommt. Nö. Oh, 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 komm, 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 komm. Okay, das funktioniert nicht so ganz gut. Roll it! Okay, okay, das ist viel geschlagen. Das ist sehr, sehr schade, also die Musik alleine macht es nicht. Beziehungsweise die Musik dürfte gar nichts bringen in dem Moment. Ja, nach einem Stück. Und ich versuche dir, kein mehr Nussbläden. Warte, warte, warte. Kann ich... Kann ich bitte 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 für eine letzte... ...Refest? Oh, du hast mich, Max. Wie kann ich dieses Gesicht verhindern? Ich meine, zumindest mal konnten wir jetzt noch mal ein bisschen Musik hören, aber letzten Endes hat es nichts gebracht. Wir könnten ihm sagen, das Licht auszumachen, denn wir wissen ja jetzt, dass David eigentlich zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein könnte. Oder wir bitten ihm einfach mal um etwas Wasser, einfach noch mal um zu gucken, was passiert. Ich meine, dann schwimmen wir halt doch zurück, wenn es ist, ne? Also, keine Ahnung. Der überwiegt jetzt ein bisschen die Neugier bei mir, Leute, ehrlich. Ich hoffe, ihr verzeiht es mir. Ich bin jetzt hier in diesem Moment ein bisschen neugierig. Oh, wundert mich, dass er das zulässt. Okay, ich weiß noch nicht, was es uns jetzt bringen soll. Wenn überhaupt. Das wird aber auch nicht helfen, denn David wird genauso. Zwischen geht sein, beziehungsweise er wird uns dann als Geisel nehmen und schauen, dass er entsprechend Ich versuche, du. No more nosebleeds. Warte, hold on. Can I... Can I please ask you for one last... Request? Oh, you got me, Max. How can I deny that face? Ja, genau. Wie kannst du die letzte bitte abschlagen? Das heißt, wir machen eigentlich die einzigste Möglichkeit, die in dem Moment Sinn macht, aber ich weiß auch nicht, was das bringen soll, das Licht auszumachen. Er könnte natürlich... auf Mr. Jefferson schießen, wenn er ihn sieht. Keine Ahnung. Und will Sie minden, die Lichter auszumachen? Ja, sehr schön, dass er das ist. Und dann will ich nicht, die letzte Erinnerung, die schlechte Lichter auszumachen. So, die Beleuchtung ist schon mal aus. Aber was bringt uns das jetzt? Jetzt mal ernsthaft, Leute. Ich versuche, diese letzte Dose wird nicht wehren. Was? David, watch out! How? How did you know that? Okay, wir haben David gewarnt. Oh, David. Jesus. Okay, das funktioniert nicht ganz so, wie wir uns das vorgestellt haben. David, watch out! How? How did you know that? Ähm... Aber das... Irgendwie bringt es uns... Nicht für mich was. Jesus. Ja, aber was können wir denn sonst noch machen? Äh, ja, okay, danke. Hallo? Was? Oha, okay, das war... Okay, wir müssen wahrscheinlich den richtigen Moment treffen. David, watch out! How? How did you know that? Okay, das war wahrscheinlich nicht der richtige Moment. Nee, das war definitiv nicht. Die Frage ist, wann ist der richtige Moment? David, watch out! Time to shut the fuck up, okay? Leute, wann ist der richtige Moment? Jetzt. David, watch out! How? How did you know that? Okay, das funktioniert auch nicht. Wisse was, vielleicht im allerletzten Moment... Nein, das war ein bisschen zu spät. David, watch out! How? How did you know that? How did you know that? How did you know that? was wir machen sollen in diesem Moment, ja, wir können nur mal zurückspulen, dann mal wieder erneut zurückspulen. What? David, watch out! Time to shut the fuck up, okay? Ja, ist gut, du musst es nicht immer wieder schlagen. David, watch out! Time to shut the fuck up, okay? Ja, hallo. David, watch out! Time to shut the fuck up, okay? Also, ne, ernsthaft, Leute, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ne? What? David, watch out! How? How did you know that? Ähm, ja, das... Funktioniert eigentlich? Aber gut, Leute, wisst ihr was? Das werden wir erst das nächste Mal rausfinden, wie es denn wirklich weitergeht, denn wir sind am Ende dieses Bads angelangt. Ich hoffe, ihr seid jetzt nicht allzu traurig, dass es an dieser Stelle schon vorbei ist. Ähm, ich hoffe, euch hat es gefallen, aber wie es weitergeht, das werden wir erst das nächste Mal sehen. Also, Leute, bis zum nächsten Mal. Tschüss! 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 Tschüss!